Ja, jetzt haben Sie gemerkt, mit dem Hölle, da wird es immer fetziger jetzt. Es ist so, ich heiße ja Gimpelmeier mit Nachname, Hausmeister Gimpelmeier mit Vorname Harry. Und wegen meinem Temperament nennen mich die Damen auch gern liebevoll Harry Kane. Und die Traumgefahr steht, jetzt wo wir praktisch Kollegen sind, darf ich das hier vielleicht sagen, die Damen, ich bin nur Single. Also nur als kleiner dezenter Hinweis, also quasi so ein Wund, eine Aufforderung. Eine Pflege, nein, bitte. Aber das ist neu, das hat jetzt da nichts zum Suchen. Bitte die Nummer 7. Wir schieben das Elektromobil. Freude macht uns das Wind nicht ganz viel. Sicherer Müll, das ist unser Ziel. Die Finanzen sind stabil. Und Strom kommt von der Sonne ganz klar. 40, ich im ganzen Ort war. Golden, strahlt das Hotel wunderbar. Und im Rathaus es nie heißer war. Und deshalb singe ich H-A-R-D H-A-R-D Gut, wenn du ein Harder bist, weil hier die Welt in Ordnung ist. In Hard ist alles wunderbar. H-A-R-D H-A-R-D Egal wie hard das Leben ist, du weißt, dass du Harder bist. In Hard ist alles wunderbar. H-A-R-D Und im Rathaus H-A-R-D Vielen Dank.